noch tasten das spiel des dol ganz alleine kann er die flanke bringen klug zurückgespielt siemens in der mitte siemens in der mitte kein abseits keine abseits position das ganze spiel des belgischen meisters immer gegen lakens sehr um den aufbau bemüht der hei holos zweikämpfe sie scheinen neue selbstvertrauen zu haben auch wenn dieser flanken wieder der hei stilke ist frei kein abseits der haie sehr stark im dribbling er riskiert viel klingkammer sehr gute zuge von der hei kam er dahin flügelwechsel und bertie fuchs bietet sich an in der spitze der hei die letzten drei minuten im rhein stadion der hei bei beiden jahren stilke und die letzte aktion